So, äh, was kann ich wo? Wir. Ein Eisbär. Ja, das habt voll das Falsche angekriegt. Oh, Essen! Friziertes Essen! So, jetzt brauche ich noch zwei so eine Essenzen. Ich hab's. Ich warte mal auf euch. Boah, was war das denn? So, hier wäre dann was zum Looten, ne? Lol. Ich hab grad mein... ...Viol hochgeworfen. Ja, ich hab grad, äh, ähnliches von den Fischern aufs Schwerg genommen. Eik, hier. Äh... Hier ist, hier ist noch so ein Teil des Ganzen, das ist wahrscheinlich Looten. Äh, ich muss erst mal gucken, wo du bist. Da oben steht Sissi. Du bist dort, da. Ne, das kann ich nicht looten. Das hat mich ja umgehauen. Dann kann ich das nur looten. Weil ich die Kasschen hab. Ja. Ah, da hinten ist noch etwas, was ich looten kann. Schienen laufen. Jep, ich hab alle 10. Ja, ich auch. Wir möchten vielleicht den Tyrox mal helfen, dass er... ...äh, looten kann, wenn wir die umhauen. Mhm. Weil irgendwie kann ich die hier alle grad looten. Ja, die kann jeder von uns einmal looten. Achso. Ne, aber ich grad nicht. Den hab ich zum Beispiel eben gerade... Er ist jetzt... Ja, dann kann, äh... Wenn zum Beispiel ich den töte, dann zum Beispiel erst Eigen, dann will ich die anderen zwei looten. Es ist irgendwie so zusammen. Hier oben wäre einer, den ich komischerweise looten kann, wo nichts drin ist. Aber hier kann auch jemand looten. Hm. Wieso ist da nichts drin, ne? Weil du die Kasschen hast. Ne, ich konnte trotzdem weiter einsammeln. Ja, aber das war... Bei mir waren auch bei den letzten nichts drin. Weil es halt nur Kassdinger sind. Schatz, ich hatte schon 10 Essenzen und ich konnte trotzdem noch zwei weitere einsammeln. Ich hab... ...12 jetzt. Hm. Wo sind die Essenzen, ne? Ja, ich hab zwölf Stück. Okay, das ist seltsam. Dann wurden die wahrscheinlich vorher umgelegt, bevor du die Quest halt abgeschlossen hast. Du kannst... Na, die hier hinten... Den hier hinten kann ich auch hin sammeln. Ja, weil ich die gerade umgelegt hab. Ja, pass auf. Oh, nee, das ist alles leer. Und jetzt war hier kein Tyrox. Ja. Ich hab halt sieben Stück, deswegen. Ne, da muss ich noch zwei Minuten warten. Dieser Kackbär, ehrlich, ey. Dieses Aussehen. Noch zweieinhalb Minuten. Oh, zum Glück. Ich hab was ich mir alles reingepfiffen hab. 31 Minuten Segen des Felsens. Vier Minuten, äh, Erhöhung der natürlichen TP. Vier Minuten, Erhöhung der TP und der Crit-Treffer. Der läuft bei mir. So, warte, jetzt hab ich's. So, so, Bringer, du Kist. Kastanien. Müssen wir jetzt alle da hoch. Was, warte, hä? Oh, läuft, dahinten läuft, Herr. Kastanienlager. Das ist da oben. Ihr habt eine Stunde gespielt. Bla, bla, bla. Egal. Genau. Ich bin 18. Ich darf so lange spielen, wie ich will. Ich bin 15. Du darfst nicht so lange spielen, wie du willst, aber Alkohol... Seid gegrüßt. Ja, gut. Ich zähle auf euch. Seid gegrüßt. Sprecht mit Albtraum geplagter Trolla-Wulle-Bubu. Ich habe Kopfschmerzen. Ja, schön. Sprecht mit dir... Nein, Ropstin! Öffnet eure Augen! Wollt ihr mir bestimmt nicht helfen, Chromede. Chromede, meine Geliebte. Wenn ihr mir bringt, was ihr versprochen habt, lasse ich ihn gehen. Ropstin! Nein! Es ist eine Falle! Ich tue alles, was ihr wollt! Tolles Video. Das war ja ein Witz. Alles noch grau. Äh... Wo ist denn jetzt? Hä? Oin. Mir wird doch hier was angezeigt. Moment. Ach, unsere Art ist mit Rot. Ja, gut. Unsere Art ist mit Rot. Sprecht mit Brigitte. Spargeltatsachen. Was möchtet ihr wissen? Und tschüss. Hm? Wo? Oder? Äh... Ich glaube, das ist Einzelspieler. Warte. Promete. Chromede. Seht euch das an. Margars Trank. Er befindet sich im Tempelgewölbe. Das Tempelgewölbe? Es ist das Heiligtum von Seals Sperrlegion. Seid ihr denn von Sinn? Wie könnt ihr solch einen Plan noch nur in Erwägung ziehen? Es gibt keinen anderen Weg. Robsteen muss wohl gerettet werden. Stimmt's? Totes. Und ich garantiere für eure Sicherheit. Und vielleicht auch Robsteens. Euer Wort. Dass ihr Robsteen nichts antut. Und dass es das war. Das ist das letzte Mal. Ich, Kaliga, gebe euch mein Wort. Danach werde ich euch um nichts mehr bitten. Okay, die Seele. Vergebt mir. Bitte. Bitte. Okay. Warum bin ich jetzt eine Frau? Du bist diese Dings da. Die Freundin von Robsteen. Das ist jetzt... Ich hab Hupen. Ich hab Möpse. Und eine dicke Oma-Schlüppe an. Ja, gut. Läuft. Wenn ich jetzt bin ich kein Eisbärmeer. Ja, wenigstens ist das. Ich gebe aber nie wirklich viel XP. Das ist ein bisschen schade. Ich kann die Leichen looten, aber es ist nichts drin. Mir war bis jetzt immer was drin. Mir war bis jetzt auch nichts so. Okay, die war jetzt auch wieder. Such magers Trank im Tempelgewölbe findet und besiegt die Ursache des Albtraums. eine Spinne. Oh, wie putzig. Hab ich grad umgeleckt. Oh, ich auch. Nicht mal was drinne gehabt, das Fies. Oh, was kommt denn da? Eins, zwei, drei Sachen auf einmal? Ach, nee, das ist eh nicht. Äh. Ich sag nichts dazu. Ja, warte mal. Äh, roten Silberklinge von einem Leichnam plündern. Reihe sind's ungewisse. Du sagst bitte auch nicht, Schatzi. Hab ich auch nicht vorgehabt. Ich muss doch bestimmt erst die Klinge ausrüsten. Es hat nichts. Was haben wir hier? Rote Silberklinge. Ah, okay. Ähm, kurz vor einem Haltrand benutzen hier. Ihr seid zu weit weg? So, jetzt noch mal die Leiche anklicken. Hä? Ich werde es in meinen Würfel legen. Sehr merkwürdig. Das Fels-Tor mit roten Silberklingen. Ah, jetzt machen wir was drin. Oh, cool. Hm? Äh, die Klinge fetzt. Das muss ich sagen. Die macht der extremsten Damage. Was für eine Klinge? Na, ich hab doch jetzt die Leiche geglutet. Und dann musst du dort wieder raus. Und dann musst du noch einen Stein zerstören. Und dann nimmst du einfach die Klinge. Also P drücken und dann unten eine rote Steinklinge anklicken. Und auf den Stein zogen. Ja. Da ist der Instant Put. Ja, der geht aber nur auf Steine. Ja, aber trotzdem. Der macht ordentlich Damage. Kurz mein Kuscheltierchen hier trainieren. Okay, geht nicht. Boah, Jakob, was ist denn... Alter, was kommt denn hier? Ja. Boah, Jakob, was kommt denn hier? Äh, läuft. Ich muss ja bestimmt in den... Tyrox? Hm. Du warst grad tot? Hm. Äh, okay. Ich bin hier auch öfters gestorben. Oh. Eher, das ist... Okay. Ich versuche mal, dass es geht. Wie weit seid ihr? Seid ihr jetzt wirklich im Tempel schon? Mhm, hm. Ich stehe jetzt davor, trotzdem auf dieser Kugel. Wo diese zwei Obelisten sind? Nö, ich bin und hab die schon. Die Obelisten sind ja leicht. Ich muss doch mal den ganzen Weg zurücklaufen. Hm, das ist das Erste. Wenn man dann noch weiter ist. Wenn man sich verzickt. Axel, wenn du dann vor dieser Kugel stehst? Ja, warte. Oder wenn wir dann alle gemeinsam warten? Ähm, ich beende jetzt erstmal die Folge und dann... Ja. 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 Ja.